Ja. So, Mannschaft, ich freue mich in unser Berg Wölk-Badewanne. Oh, wie sexy, Matthias. So, dann blenden wir mal kurz aus. Hier sehen Sie das Nachbarhotel, das ist Adam & Eve. Oh, Maria Hild. Oh, Maria Hild. Es läuft alles aus. Stößchen. Die Mutti in der Whirlpool-Badewanne im Max Royale. Im Max Royale auf der Terrasse mit Blick zum Adam & Eve mit Sektchen. Und hier vorne stand irgendwo auch mal Obst vor den vielen, vielen Schaumschwarten. Und jetzt genießen wir den Sonnenuntergang hier in der Türkei. Und ich wünsche euch viel Spaß in Deutschland und wünsche euch einen schönen dritten Advent am Sonntag. Und am Montag sind wir auch wieder da. Und wie viel Grad hast du, Schatzi? Ja, was haben wir hier gefühlte 50? Gefühlte 50 in dieser Badewanne. Und ich würde sagen, wir haben trotzdem so, ich würde sagen so 15 Grad haben wir aber trotzdem bestimmt. Was hast du mit der Banane vor? Wolltest du die jetzt essen, oder? So, dann zeige ich euch nochmal schön den Sonnenuntergang. Und Matthias freut sich jetzt auf mich. Wir genießen jetzt zu zweit den Whirlpool und bis bald. Tschüss, euer Hubert. Prost. Prost. Prost.